Seit zwölf Jahren lebe ich allein in London. Ich habe dort keine engen Freunde. Mein Leben ist sehr unromantisch verlaufen. Dann haben mich meine Eltern gedrängt zu heiraten. Ich flog von London nach Indien, kam nach Kanpur. Entschuldigung, Entschuldigung, Tanuja. Und habe mich in sie verliebt. Was das betrifft, ist unsere Tochter ziemlich außergewöhnlich. Sie hat zwar in Delhi studiert, doch Tanu hat tiefen Respekt vor den Sitten und Gebräuchen unseres Landes. Du Arma, hast du es so nötig, dass du sogar ein schlafendes Mädchen küsst? Deinetwegen habe ich mir fünf Schlaftabletten mit einem Viertel Liter Wodka reingegossen. Hat keine Ahnung, worauf er sich einlässt. Hey, blöder Arsch, willst du erst am Hochzeitstab damit rausrücken? Sei froh, dass sie sich noch vor der Hochzeit als Hexe empfuckt hat. Als solches Teufelsweip hätte dein Leben in eine Hölle verwandelt. Ich ertrag's nicht, dass man meinen Freund als Idioten hinstellt. Ist er betrunken? Er wird trommeln wie ein Verrückter, bis das ganze Viertel am Fenster steht. Jetzt trommle. Oh Mist. Sie ist gerissen. Zu doll draufgehauen? Manu will ihre Tochter doch nicht heiraten. Sie hat's wiedergetan. Die Schlampe! Schlampe? Nein, nein, Wampe. Doktorchen, ich hab sie echt wahnsinnig gern. Was für ein Arzt sind Sie eigentlich? Ich entwickle Herzschrittmacher. Was sind Herzschrittmacher? Das sind kleine Geräte, die den Herzschlag verstärken. Das ist doch meine Spezialität. Das ist doch meine Spezialität. Das ist doch meine Spezialität. Vielen Dank.